Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute geht es weiter und zwar wollen wir heute ein Gedächtnis schreiben. Denn ja, wir müssen uns sozusagen merken können, ob ein Zustand bzw. ein Zustandsübergang, ob das gut war in unserem Deep Q Learning oder Reinforcement Learning Algorithmus. Das heißt, ich erinnere euch nochmal ganz kurz daran, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen hier dieses Card Pole Dingens so ein bisschen zum Tanzen bringen bzw. immer nach oben halten. Und das machen wir, indem wir hier unseren schwarzen Block nach links oder nach rechts bewegen. So, und das muss man sich natürlich irgendwie merken. Und ja, wir können uns aber nicht jeden einzelnen Zustand merken, sondern das ist eigentlich wirklich, also so Memory Schreiben ist eigentlich der Standard, wenn man, oder der zweite Schritt, nachdem man irgendwie sich die Environment aufgebaut hat, wie wir das im ersten Video gemacht haben. Das heißt, ja, wir brauchen irgendwie auch so ein bisschen ein limitiertes Gedächtnis. Und das schreiben wir uns jetzt erstmal. Wir nennen das Ganze erstmal Class Memory. Ihr habt von gar nichts und braucht natürlich einen Konstruktor. So, was brauchen wir im Konstruktor? Naja, wir bekommen eine Kapazität übermittelt, englisch Capacity. Und diese Kapazität gibt uns an, wie viel wir speichern können, wie viele Zustandsübergänge wir speichern können und wie gut die jeweils dann logischerweise waren. So, das heißt, wir speichern uns natürlich erstmal unseren Parameter. Capacity ist gleich Capacity. Und dann wollen wir eine neue Liste haben. Self.memory nennen wir die Liste. Und diese Liste enthält einfach sozusagen alle Zustandsübergänge, die wir gerne haben wollen. Gut. Und dann brauchen wir, weil wir sozusagen eine zyklische Liste bauen, das heißt, wenn wir am rechten Rand davon aufgekommen sind, dann wollen wir wieder links anfangen. Also, ich male euch das mal ganz kurz hier auf. Wir haben eine Liste mit 1, 2, 3, 4, 5. So, und wenn wir jetzt, also wir haben nur 5 Kapazität, das heißt, wir können nur 5 Sachen hier speichern, als Beispiel jetzt. Und wir speichern jetzt 1, 2, 3, 4 und 5. So, das Problem ist jetzt, wenn wir hier am rechten Rand angekommen sind, dann müssen wir trotzdem wieder irgendwie speichern können. Aber wir wollen natürlich nicht hier den rechtesten Zustand überspeichern, weil das ja der neueste von diesen Zuständen ist. Also, was machen wir? Wir fangen hier drüben wieder an. Und indem wir hier drüben wieder anfangen, überschreiben wir den ältesten Zustand, schreiben wir hier eine 6 rein, dann schreiben wir hier eine 7 rein, dann eine 8 und so weiter und so fort. Und dadurch haben wir immer die neuesten 5 Zustände. Und das nennt sich eine zyklische Liste. Das ist im Endeffekt das, was wir heute als Memory schreiben wollen. Okay, jetzt brauchen wir natürlich dazu noch eine Position. Die schreibe ich jetzt hier einfach mal als POS ist gleich 0. Okay, und ja, wie machen wir das Ganze jetzt? Naja, wir brauchen natürlich die Möglichkeit, hier irgendwie Daten reinschreiben zu können. Und das macht man normalerweise in einer Push-Methode, weil wir natürlich neue Daten reinschreiben wollen. So, was für Daten wollen wir hier reinschreiben? Wir wollen einen Zustand reinschreiben. Und jetzt nochmal ganz kurz, was wir eigentlich speichern wollen. Wir wollen speichern, wie gut weit das, was wir gerade unternommen haben. Das heißt, wir wollen speichern, wenn wir jetzt in diesem Zustand hier sind und wir gehen eins nach rechts, das heißt, wir bewegen unseren schwarzen Balken noch mehr nach rechts, dann ist das Ding wahrscheinlich etwas mehr nach unten gegangen und wir haben höchstwahrscheinlich relativ bald verloren. Genau diese Dinge wollen wir speichern. Das heißt, wir wollen den aktuellen Zustand speichern, die Aktion, also nach rechts gehen, die wir gerade gemacht haben, und dann den nächsten Zustand, nämlich, dass das Ding hier relativ niedrig liegt und dann den Reward, den wir bekommen haben, sprich, dass wir wahrscheinlich 100 Punkte abgezogen bekommen haben. So was in die Richtung. Das heißt, wir wollen hier State, dann wollen wir Action haben, wir wollen Next State haben, Next State und wir wollen Reward haben. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier irgendwie speichern müssten. Wir fangen jetzt hier einfach mal an und das wollen wir reinschreiben. So, ich habe euch gerade schon die Problematik mit unserer zyklischen Liste erklärt. Wir müssen irgendwie mit dieser zyklischen Liste klarkommen. Das heißt, erstmal müssen wir sie vergrößern, wenn wir noch Kapazität haben und das ist der Fall, indem wir, äh, self.memory, bitte, indem wir noch Kapazität übrig haben jetzt, also wenn das kleiner ist als self.capacity, dann fügen wir einfach ein neues Element ein, das heißt self.memory.depend und hier machen wir einfach einen Nand raus, weil wir, ja, wir haben nichts wirklich, was wir gerade einfügen wollen, aber in jedem Fall wollen wir jetzt was einfügen. Also wir haben es jetzt hier in dem Schritt vergrößert, unsere Liste, falls wir noch Kapazität übrig haben. Jetzt wollen wir, wenn wir, ähm, egal in welchem Fall eigentlich, wir wollen jetzt unsere, ähm, unseren Zustandsübergang wollen wir speichern. Und das machen wir mit self.memory. an der Stelle self.position, also post, ich habe es abgekürzt, ist gleich und jetzt machen wir das Ganze einfach als Tuple hier rein, stecken uns genau diese Sachen hier rein, also State, Action, Next State und Reward, wollen wir natürlich als Tuple speichern und das machen wir genau an die Stelle von Memory. So, und nachdem wir das jetzt hier reingespeichert haben, müssen wir natürlich unsere Position updaten, also ihr habt gesehen, wir fangen hier am Anfang an und wenn unsere Position hier einmal verwendet wurde, das ist sozusagen das erste Mal schon der Fall, dann müssen wir natürlich an die nächste Stelle gehen, sprich an 1 und so weiter und so fort. Das heißt, self.position ist gleich, naja, wir wollen es um 1 vergrößern eigentlich, self.pose plus 1, aber Achtung, jetzt machen wir folgendes, also wir haben es jetzt um 1 vergrößert, wenn ich nochmal kurz die Liste hier schreiben darf, 1, 2, 3, ja, wir machen es diesmal nur bis 3, wir gehen im ersten Schritt, also direkt am Anfang haben wir eine eindimensionale Liste, das heißt, wir haben dann das erste Element hier eingefügt, ist none und dann fügen wir hier was ein, dann schieben wir uns hier auf 2, dann fügen wir wieder was ein und dann sind wir hier bei 3, so, und dann heißt es aber hier, die Capacity ist ausgeschöpft, das heißt, wir können hier keinen neuen Zustand mehr reinschreiben, nach dem dritten Schritt, das heißt, es wird hier keine 4 geben, aber im dritten Schritt sagen wir, unsere Position wird auf 3 gesetzt, also sprich, wir müssten jetzt hier eigentlich 4 haben, aber diese 4, die existiert halt einfach nicht, weil unsere Liste nicht so groß werden darf, naja, und was wir stattdessen machen ist, wir wollen wieder zu 1 zurück, das heißt, wir wollen eigentlich das ganze Modulo rechnen und sagen jetzt hier, Modulo Self.Capacity, das heißt, wenn wir die Kapazität erreichen, also sprich 4, und unsere Position ist mit plus 1, dann bei 4, beziehungsweise 3, dann setzen wir unsere Position wieder auf 0, das ist im Endeffekt das, was Modulo tut. Okay, sehr gut, jetzt geht es weiter, was brauchen wir noch von unserem Memory, und das werden wir erst später brauchen, wir können auch ein paar zufällige, naja, ein paar zufällige Beispiele aus unserem Gedächtnis benutzen, die brauchen wir später, um zu trainieren, das heißt, wir machen jetzt hier eine Sample-Funktion, und die liefert uns einfach ein paar zufällige Beispiele mit unserer Batch Size, also so viele Beispiele, wie wir im Endeffekt Batch Size haben, das hier drin schreiben wir einfach eine zufällige, ach so, ich habe random noch nicht importiert, ein paar zufällige Beispiele bitte aus unserem Memory, das heißt, wir schreiben hier Import, ähm, random, logischerweise, und dann wollen wir hier, random.sample, das liefert uns, aus der Liste Self.memory, genau Batch Size, viele, ähm, zufällige Beispiele, auch wieder als Liste, das heißt, es baut sozusagen mit, von mir aus 64 Beispielen aus unserem Memory, hier, eine Liste zusammen, die einfach sozusagen dann zufällige Beispiele sind. Okay, und dann noch eine Funktion, die wir hier überschreiben müssen, das ist die Länge, weil wir das Ganze hier dann so benutzen wollen, ähm, Länge hier überschreiben, indem wir hier einfach sagen, okay, wir wollen nicht immer Capacity zurückgeben, sondern erst, wenn die Liste einmal voll war, wollen wir Capacity zurückgeben, das heißt, jetzt aktuell müssen wir hier Länge von Memory zurückgeben, äh, achso, Self.memory, sorry, Self.memory, okay, wunderbar, und das ist jetzt erstmal alles, was wir hier brauchen, jetzt haben wir unser Gedächtnis sozusagen geschrieben, und jetzt als nächstes wollen wir den DQ, oder den Deep Queue Algorithmus, also wir wollen im Endeffekt unser Queue Learning als neuronales Netz schreiben, okay, in dem Fall hoffe ich, dass ihr wieder mal Spaß dran hattet, ansonsten schreibt mir warum nicht oder sowas, oder was ich besser machen kann natürlich, ich freue mich immer über Kommentare oder Meinungen, und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao.